Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Unser München. Im Tierpark Hellerbrunn laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Am 24. Februar steigt dort eine Riesenparty. Das neue Eisbärenbaby wird vorgestellt. Das Mädchen wächst und gedeiht schon prächtig. Und anlässlich dieses knudligen Neuzugangs wird es dazu auch einen neuen Eisbärenparcours in Hellerbrunn geben. Das und noch mehr jetzt in unseren Tierpark-News. Einfach faszinierend, wie die beiden harmonieren. Zu sehen im Livestream aus der Eisbärenwurfbox im Hellerbrunner Artenschutzzentrum. Seit dem ersten Tag kümmert sich Mama Giovanna routiniert und liebevoll um ihren bereits dritten Nachwuchs. Und die Münchner haben das Mädchen schon jetzt in ihr Herz geschlossen. Am Freitag, den 24. Februar, ist es endlich soweit. Dann darf das neue Eisbärenbaby raus auf die Anlage. Und die Besucher dürfen es zum ersten Mal live im Freien bestaunen. Papa Jogi kommt vorübergehend noch nebenan, kann aber durch ein Schmusegitter Kontakt zu seiner Familie halten. Für das Baby wird jetzt ein Pate gesucht, der ihm dann einen Namen geben darf. Es geht ihr sehr, sehr gut. Sie ist sehr munter, wiegt proppere 8,4 Kilo gestern. Also fast doppelt so schwer wie die Zwillinge zum gleichen Zeitpunkt. Klar, als Einzelkind hat sie natürlich noch ein bisschen mehr Milch von der Mama zur Verfügung. Also es geht ihr wohl rundum gut und wohl. Und sie ist auch mittlerweile sehr aktiv. Man kann das auf dem Livestream immer sehr schön sehen, wenn sie dann auch über die Mama klettert oder der Mama auch mal an den Pfoten rumgenagt oder so, wenn Mama eigentlich schlafen will, aber die Kleinen eben nicht. Nach den Zwillingen Nobby und Nela steht dem Tierpark nun ein neuer Ansturm bevor. Auch im Zooshop beginnt man sich zu rüsten. Die Merchandising-Maschine ist angelaufen. Die schöne Hellerbrunn-Tasse mit dem Eisbär drauf, das ist unser beliebtestes Stück. Dann wird es Magnete geben, dann wird es Schlüsselanhänger geben. Eine Trinkflasche ist geplant, Pinsen geplant, ein Babystrampler ist geplant, Flaschenöffner. Noch heute erinnert man sich hier an den Boom mit den Zwillingen. Einzigartig in der Münchner Zoo-Geschichte. Ja, wir haben so viel gearbeitet wie vorher nie. Wir machen das Ganze seit 26 Jahren. Es war der Wahnsinn schlechthin, aber wir sind auf den Wahnsinn vorbereitet und wir freuen uns drauf. Von den Artikeln geht übrigens je ein Euro an Hellerbrunner Artenschutzprojekte. Außerdem wird es im Polarium schon bald einen neuen Eisbärenparcours geben. Er beginnt hier an der Raubtieranlage und endet im Kindertierpark. Eisbärenparcours heißt vor allem, es sind eben ganz viele Informationen für unsere Besucher zu den Eisbären allgemein, zu deren Bedrohungen. Aber natürlich auch ganz speziell zu unseren Eisbären hier und zu unserem kleinen Eisbären natürlich auch ganz neu. Und das überarbeiten wir einfach gerade, dass wir da aktuelle Infos wieder haben und dass die Besucher da eben ganz viel mitnehmen können und ganz viel wissen und lernen, wenn sie den Eisbär angeschaut haben und dann weiter durch den Petitierpark gehen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt ist dabei der Klimawandel und seine Folgen für den Lebenskünstler in eisiger Polarwelt. Deshalb ist Nachzucht in Zoos besonders wichtig. Die Eisbären sind stark bedroht. Der Lebensraum verschwindet, das Polareis schwindet und schmilzt. Das heißt, ihnen schmilzt tatsächlich regelrecht der Boden unter den Füßen weg. Sie haben außerdem auch immer mehr Schwierigkeiten, Nahrung zu finden, weil sie immer weitere Strecken zurücklegen müssen, um Robben, die sie ja als Hauptnahrung haben, zu finden und jagen zu können. Also da denen geht es wirklich nicht besonders gut. Einen gemütlichen Schlafplatz hat Sanke gefunden. Sanke ist die neue männliche Fischkatze in der Dschungelwelt. Er wird ab sofort dem Weibchen Luzi Gesellschaft leisten. Der natürliche Lebensraum von Fischkatzen ist Südostasien. Im Gegensatz zu den meisten anderen Katzen gehen sie gerne ins Wasser, um dort Fische zu jagen. Und sie mögen es warm. In der Dschungelwelt, wo die beiden Prachtexemplare zu sehen sind, hat es immer angenehme 25 Grad. Gleich daneben, Kindererziehung Marke Orang-Utan. Äußerst fürsorglich kümmert sich Mama Matra nicht nur um ihren eigenen Nachwuchs, sondern auch um das Baby von Orang-Utan-Weibchen Jahe, die in Punkte Aufzucht noch reichlich unerfahren ist. Kein Wunder, dass das Affenparadies in diesen Tagen besonders gut besucht ist. Matra, das sieht man ganz deutlich, hat die doppelte Kindererziehung gut im Griff. Für viele ist die närrische auch eine alkoholische Zeit. Mehr als sonst ist es daher wichtig, auch ausreichend Wasser zu trinken. Das gute Münchner Trinkwasser. Quellfrisch, kalorienfrei und mit dem perfekten Mix aus Mineralien und Spurenelementen. Warum es so gut ist, wir werden es Ihnen verraten. Das Münchner Trinkwasser kann man direkt aus dem Wasserhahn genießen. Es ist das am besten kontrollierte Lebensmittel. Die regelmäßigen Analysen belegen, M-Wasser hält die strengen Grenzwerte der Trinkwasserverordnung nicht nur ein, es unterschreitet sie sogar deutlich. Die herausragende Wasserqualität sichern die SWM mit einem umfangreichen Schutzprogramm. Mit jährlichen Millionenbeträgen halten sie die Leitungen des Versorgungsnetzes instand und modernisieren sie. Eine weitere zentrale Maßnahme der SWM ist die bodenschonende Pflege großer Flächen rund um die Gewinnungsanlagen. Hier wird nicht gedüngt und nur ein bis zweimal im Jahr gemäht. Deshalb konnte sich im Mangfalltal eine beeindruckende Flora entwickeln. Die SWM-Grundstücke im Einzugsbereich der Gewinnungsanlagen werden ausschließlich umweltfreundlich und wasserschonend bewirtschaftet. Mit der seinerzeit einzigartigen Initiative Ökobauern fördern die SWM seit 1992 den ökologischen Landbau im Mangfalltal. Inzwischen haben 165 Landwirte ihre Betriebe auf boden- und gewässerschonende Landwirtschaft sowie artgerechte Tierhaltung umgestellt. Gemeinsam bewirtschaften sie eine Fläche von rund 3.900 Hektar. Eines der größten zusammenhängend ökologisch bewirtschafteten Gebiete in Deutschland. Das hat eine hervorragende Schutzwirkung auf das Grundwasser und auf die Lebensmittel. Auch das SWM-Forstwirtschaftsprogramm schützt das Münchner Trinkwasser. Seit mehr als 60 Jahren betreibt die städtische Forstverwaltung im Auftrag der SWM naturgemäße Waldpflege. Sie hat im Laufe der Jahre aus einer Monofichtenkultur auf 1.800 Hektar einen gesunden Mischwald aufgebaut. Mit Münchner Trinkwasser tut man sich und seinem Körper etwas Gutes. Wassertrinken ist gesund. Damit junge Münchnerinnen und Münchner das von Anfang an lernen, haben die SWM schon 72 Münchner Schulen mit M-Wasser-Bars ausgestattet. Das trägt wesentlich zu einer gesunden und kalorienbewussten Ernährung bei. Vor kurzem wurde das Projekt ausgeweitet. Auch 10 Vereine der Münchner Sportjugend haben die modernen Schankanlagen erhalten. Die SWM als kommunales Unternehmen nehmen ihre ökologische und soziale Verantwortung also ernst. Die Münchner Wassertrinker können sich darauf verlassen. Auch in Zukunft bekommen sie von ihren SWM immer nur das allerbeste Trinkwasser. Und M-Wasser ist dabei auch noch ein günstiger Genuss. 1000 Liter kosten gerade mal 1,68 Euro. Ein Glas Trinkwasser kommt also gerade mal auf einen Dreihundertstel Cent. Na dann, Prost! Und bei uns, liebe Zuschauer, geht es jetzt weiter mit unserer Rubrik Veranstaltungen. Das Wichtigste aus den städtischen Kultur-, Sport- und Freizeitstädten. Zusammengefasst für Sie im Überblick. 50 Jahre Olympia-Eisstadion. Am kommenden Sonntag wird kräftig gefeiert. Eine Arena mit bewegter Geschichte. Am 12. Februar 1967 wurde die Eishalle mit dem Eishockeyspiel FC Bayern gegen den SC Rissersee feierlich eingeweiht. In einem damals spektakulären Bau, einem der modernsten Stadien in Westeuropa. Seitdem gab es hier viele bedeutsame Ereignisse. Ja, mir gehen so ein bisschen die letzten Jahre durch den Kopf, seitdem ich ja auch im Olympiapark bin, seit 2010. Und die erste Saison, als ich auch hier war, war ja der FC Bayern hier mit seinem Basketball und hat seine Mission gestartet, von der zweiten Bundesliga in die erste aufzusteigen. Und das ist eben hier in unserem Eissportzentrum gelungen, das also mit viel Mühe immer über Nacht dann verwandelt wurde von einem Eishockey-Stadion in ein Basketball-Arena. Es ist viel passiert in dieser Zeit. Wir haben viele Veranstaltungen gehabt, nicht nur Eiskunstlauf oder Eishockey, sondern auch die Box-Weltmeisterschaften, Tischtennis-Weltmeisterschaften, wir haben Rollstuhl-Hockey-Weltmeisterschaften gehabt, kirchliche Veranstaltungen, die Munich Mesh mit Skateboard-Events werden wir auch dieses Jahr wieder haben. Also es ist viel geschehen in diesem Stadion. Auch ein legendäres Pop-Festival 1970 mit Deep Purple, Free und Black Sabbath. Am Sonntag, den 12. Februar, steigt die bunte Jubiläumsfete. Von 10 bis 22 Uhr können die Besucher kostenlos Eis laufen. Außerdem gibt es um 16.30 Uhr eine Backstage-Tour durchs Stadion, die Katakomben und die Kabinen der Arena, ebenfalls bei freiem Eintritt. Präsentiert werden darüber hinaus die Eismaschinen und der Maschinenraum. Es wird eine Menge los sein. Wie gesagt, 50 Jahre hat man nicht alle Tage. Wir werden hier draußen einen öffentlichen Eislauf anbieten. Auch in der Halle wird öffentlicher Eislauf angeboten. Wir werden draußen hier so ein bisschen Action machen. Wir haben eine alte Eisbereitungsmaschine, die wir aufstellen. Ein paar Vorführungen sind. Da ist ein Showtraining. Dann haben wir noch ein Nachwuchsspiel, wo man zuschauen kann von der Tribüne. Und am Abend haben wir noch eine Eisdisco von Radio Arabella. Da wird hoffentlich auch viel los sein. Und so werden wir den Abend dann abends um 22 Uhr beenden und uns auf das nächste Jubiläum vorbereiten. Happy Birthday Olympia Eishalle am Sonntag, den 12. Februar von 10 bis 22 Uhr. Hier kann man noch ordentlich das Tanzbein schwingen. 18 rauschende Nächte bietet heuer die Ballsaison im Deutschen Theater. Und erst am Aschermittwoch, am 1. März, ist mit dem Kabarettprogramm von Rolf Miller alles vorbei. Am 11. Februar findet erneut der traditionelle Ball der Nationen statt. Und das erwartet die Besucher diesmal. Wiederum zwei sehr schöne Turniere. Diesmal Standard mit der Weltspitze und ein Jugendturnier Latein mit sehr hochrangigen europäischen Paaren. Und dazwischen kann man jede Menge tanzen. Und es gibt auch immer einen kleinen Workshop dazwischen, wo wir auch den Leuten ein bisschen was beibringen werden. Das wären dann aber Überraschungen, was da alles kommt. Die Ballsaison 2017 im Deutschen Theater. Der Chaos ist am Faschingsdienstag. Endspurt im Einstein 28. Hier startet die Münchner Volkshochschule am 4. März ihr Programm Frühjahrs-Sommer 2017. 70 neue Unterrichtsräume wird es hier am Max-Weber-Platz geben. Damit hat die MVHS mittlerweile über 30 Unterrichtsorte in ganz München in der Fläche. Und mit dem Einstein 28 und dem Gasteig soll nun in Heidhausen eine Art neuer Kultur- und Bildungscampus entstehen. Neben Einstein 28 ist der Gasteig, bleibt weiterhin unser zentrales Unterrichtszentrum. Hier bleibt präsent das gesamte Angebot der Fremdsprachen, viele, viele Angebote der kulturellen Bildung, der musischen Bildung, das riesige Vortragsprogramm. Wir realisieren künftig am Einstein 28 und am Gasteig zusammen im Jahr mehr als 1000 Vortragsveranstaltungen. Über 9000 Veranstaltungen bietet das Frühjahr-Sommer-Programm insgesamt. Zu den Schwerpunkten gehören deutsche Integrationskurse, politische Bildung und viel Kulinarisches und Kreatives. Nächste Woche in unserer München Hochkonjunktur bei den städtischen Förstern. Gerade jetzt im Winter sind die Bedingungen für die Holzernte ideal. Und warum das am besten mit Unterstützung von Großmaschinen geht, sehen Sie bei uns. Für heute, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und wünsche Ihnen weiterhin noch eine angenehme Zeit. Auf Wiederschauen. Es rockt. Die Stadtsparkasse München präsentiert Aktionen für junge Kunden. Es rockt. Bietet exklusive Events, attraktive Gewinnspiele sowie lukrative Vorteilsaktionen wie Tollwood Festival, Kino-Events oder vergünstigte Eintrittskarten zu spannenden Spielen der Münchner Löwen. Es rockt. Vorsprung durch Wissen mit Seminaren und Workshops zu Finanzen und Karriere. Zum Beispiel, wie finanziere ich mein Studium oder fit für den ersten Arbeitstag. Es rockt. Das Programm der Stadtsparkasse München für coole Leute. Infos im Blog, auf Facebook und unter www.s-rockt.sskm.de. Oder in den 80 Filialen in unserer Stadt. Stadtsparkasse München. Die Bank unserer Stadt. Das rockt. 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 Das rockt.